Nein! Bitte stirb! Stirb halt! Er stirbt einfach nicht. Ist das normal? Muss ich auf den Brustkorb schießen, wenn er leuchtet? Ja, immer wenn sowas gelbe, auf das gelbe immer schießen, immer wenn du so einen gelben Fleischball oder eben sowas siehst. Da, da, genau das. Aber meine Munition ist leer. Ah, wo bin ich denn? Was mach ich denn? Stirb! Stirb! Boah, endlich! Ist gar... Ja, und jetzt ist ja... Dies ist ausgebrochen, jetzt bitte kommen nochmal drei Viecher, also hier sind echt viele von diesen Viechern. Und ich mag diese Viecher nicht, das weißt du. Ich hasse sie. Ja. Okay, jetzt nehme ich die Elektro-Schocker-Dinger da hier, okay? Okay... Jetzt kann ich wieder... Jetzt nehme ich erst einmal die Hand-Grenade. Okay, ich hätte auch eine Hand-Grenade hernehmen können. Aber ich tue es nicht. So, da muss ich... Kann ich auch gleich mal auffüllen. Komm jetzt schon. Hast du noch irgendwas Tolles für uns? Hm. Ähm, ja. Eine Milch-Schnitte. Ja, eine Milch-Schnitte. Schau, da kommen schon die nächsten Typen. Ja, und jetzt... Ja, und jetzt... Ich wette, wenn ich jetzt halt unter dem Anfleischbolzen durchgehe, dann... Über den, dann wird... Da wird sich auch noch ausgerechnet. Sonst wäre es ja langweilig. Nein, nein, ich bin leer. Ich bin leer. Ja. Ja. Okay. Komm, jetzt bist du im Arsch. Oder auch nicht. Ich habe nur noch einen Schuss. Ach du, Hacke. Der ist so lange da. Ja, endlich ist es tot. Boah, dann haben wir jetzt das auch schon mal geschafft. Okay, jetzt... Ne, mach ich hier mal voll. Okay. Ich hätte eigentlich auch so... Sowas nehmen können. Ich frage mich, warum ich eigentlich nie Granate nehme. Granate ist auf 7. Okay. Hacke. Hacke. Hacke gegen das. Kombinieren gegen das. Und jetzt will ich das wieder. oder vor Ort verliert und jetzt wird es da oben noch ausbrechen die ich kenne und was können wir hier machen die Lektor es ist wichtig sie hat sich nicht ausgeführt Lohr und Jahrhundert es ist wieder Weihnachten 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 die Lektor der Schießt aber jetzt nicht mehr und was wird der Konzert die Granaten Euro nur eine Super-Sniper zu beschnitten wir haben wieder mal keinen Platz für sowas wie immer das ist jetzt echt scheiße was nämlich Brandkranten ist das alles so teures das Zeug 3 wir haben einfach zu ein kleines mit Taten Pistolen Munition weg und mir fällt gerade was ein ich kenne ein Spiel das kannst du unmöglich jetzt werden viel zu lange welches ist es kann eine Fendte sie 13 vielleicht mach ich auch mein Scherz ist vielleicht mach ich noch oder allein ich muss ehrlich zugeben ein schnellstes um zocken bei Final Fantasy 13 war im 37 Stunden okay okay ich die Zahn in eine Waffe verabschieden wir uns jetzt das oder nein 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 ich möchte am liebsten diese Munition mitnehmen die die okay auf 4 wird die Granatee und jetzt können wir da aufmach gehen und jetzt gehen wir dort wie Berger und machen ja okay dann machen wir gleich auf 4 Granatee nein wo war denn okay ein Fettwarns ein Fettwarns und ein Fettwarns nochmal Fettwarns wo 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 ganz ruhig Digger okay ich glaube wir brauchen hier was nein was boah du boah ich bring dich jetzt um du bist doch supi okay das zieht ja sogar Leben ab das hätte ich jetzt nicht tun aber du bist ich wollte den jetzt mit die Schocker umbringen so dumm Alter nein ich nein 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 boah super und wie komm ich jetzt rüber ja wie komm ich jetzt hier rüber boah da kommen schon die nächsten okay da ist einer wo ist das eine ganze der 1 okay die ist aber leer jetzt in der Tat ja in der Tat ich schaffe es jetzt dass ich ganz schnell rüberkommen ja also der drüben ist auch sowas da muss sie wartet warten bis ich wieder drüben drüben ich frage mich warum ist eigentlich dieser Fettwarns noch da und damit du fragst das ist ein echt heftiger Plan gewesen schärf okay jetzt will ich diese Anfrage oder ich nehme jetzt die Granaten oh hier sind Pflanzen die benutzen es gleich noch mal jetzt machen wir so tauschen gegen Neue die Sitzung aufgeführt ist die jahre okay ich sie der Wienlaufen ja genau die haben wenn ich in Ordnung wenn ich nicht in Ordnung der Granatenwerfer und sonstigen Scheißdreck die 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 hat die die dr unbeauten so her wie viele sind denn da drin ich will den gerne ab nicht okay ein eigenvergammeltes es ist bestimmt ich glaube sollte ich ein vergammeltes 1 jetzt sicher dass nur wissen zum zombie ich hab's ja noch nicht gegessen ich hab's ja noch nicht gegessen ich hab's ja noch nicht gegessen der Sturm aus Feuerfleischquallen ich will nicht ich will nicht aber wenig okay jetzt gehen ja der schießt damit okay ja ich will nicht ich will nicht